Richtig mit Eleganz, ja! Und vor, zurück, und vor, zurück, und mit Schwung und Elan, und mit Schwung und Elan. So wie du eben so schön deinen Hintern noch ein bisschen eleganz bewegen, da freuen sich die Mädels. Das klingt wie als so eine gal rasierte Glatze da, wo du ein bisschen Fett drauf machst. Na ja, besser wie vorher. Jetzt bricht der Stuhl zusammen und alles fällt zusammen. Oh, Mann! Er wird mich bald erschlagen, ich gebe ihn noch ungefähr zwei Wochen. Ja, das reicht! Das reicht! Ja, das reicht! Ja, das reicht! Ja, das reicht!